Ich kann nicht antworten, weil jede Antwort ist ein Backseat-Gay mit... Oh mein Gott! Hi! Ja, ich hab jetzt nicht damit gerecht, dass du hier stehst. Alles gut, warte. Mit dem Fahrrad oder so? Wir halten wahrscheinlich zwei dubiose Typen in so einem Hip-Hop-Virgo. Ich quatsche wahrscheinlich an. So, hey Chico! 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 Echt jetzt? Die Uhrzeit und der Wein. Chico! Was war das? Hast du das gerade auch gesehen? Was war das? Da stand doch kurz was. Also, wenn er die Lösung mit Gewalt... ne. Ein Problem mit Gewalt lösen willst du... Chico! Aber ich versuch daran festzuhalten, dass andere nicht, ähm... Oh, hallo Nachbarn! Oh mein Gott, hi! Hallo! Sorry, war nicht meine Absicht. Na ja, lasst euch nicht stören. Okay. Danke. Alles klar? Oh mein Gott. Mein Herz! Jesus! Mein Gott, irgendwann springe ich noch aus Reflex über das Kalender. So, das war. Du hast ja mit. Fass'n sich auf sich auf, ja? Ja. Machen sie nicht den Kopf runter. Alles klar, dann. Wenn sie den Kopf runtermachen sind sie immer dann... Ne, warte jetzt. Jetzt hab ich meinen Spruch vergessen. Es tut mir leid. Ich will nicht. Ja, du sch... Was ist das? Hallo? WTF? Was ist das denn? Das ist doch neu! Ich würde mal ein alkoholisches Befänger vorziehen erstmal. Okay, langsam oder schnell oder mittel? Mehr Richtung Wein. Mehr Richtung Wein? Dann haben wir Rotwein trocken und Weißwein trocken. Ja... Ähm... Es ging um die Sprechgeschwindigkeit, wie ich euch die Getränke vorlese. Ach so! Ich hab nämlich jetzt auch grad überlegt, was... Ich hab... ich hab gedacht, sie meinen die... ... die Stella kickt. Okay. Hör daini! 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 Oh! Hör daini! Das bin ich nicht. Oh! Wo hast du denn den Ton gerade gehört? Ja! Genau diese Seite ist offen. Oh Gott. Wie peinlich. Hallo! Alles gut. Biss du halt... ...hier. Dann halt geraten, wer der Mörder ist von dem Personen halt. Okay, das ist voll die gute Idee. Bin jetzt schon voll heiß auf das Spiel. Was? Hatte Küsse! Ich hab schon ewig nichts mehr gespielt. Alter! Schuze! Ja, ich mein Alter ist auch eine... Hey, Vicky! Hey! Hallo! Hallo. Hey, hallo. Was denn? Ist das ein Stückchen? Hallo, Vicky. Vicky, ich glaub du brauchst mal ein Halspompom oder so. Ja, glaub ich auch. Okay. Hey, ich hab auch einen Platz. Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportfreund. Guck, bin ich jetzt erschrocken. Ich hab keinen Platz. Das war Benz. Hat er nicht gesehen. Da war's. Ja, wir sind berühmt. Wir haben jetzt mit 여러분들 ثgen. Herr Schraubchen, wir sind drauf und noch die Zeit. Da war's. Untertitelung des ZDF, 2020